Ja, Mahlzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Behind You heute wieder im Basislager. Ja, Mahlzeit und willkommen bei uns auf dem Kanal Behind You. Behind You. Wir haben wieder was Geiles für euch. Wir haben bei YouTube etwas gefunden für euch, Leute. Martin, erzähl mal ein bisschen was drüber. Wir haben bei YouTube gefunden, dass Leute sich Puppen bei einer großen, remunierten Auktionshaus, Online-Auktionshaus ersteigert haben. Von Ebay. Ich wollte keine Werbung machen. Und wir haben da mal ein bisschen nachgeforscht. Du hast ja gesagt, der mag, der hat ein bisschen mehr Zeit als ich und der hat eine richtig, richtig geile Puppe gefunden. Wir haben nämlich was gefunden, eigentlich durch Zufall, jetzt bin ich drauf gestoßen. Da verkauft nämlich einer eine Puppe, die angeblich das Böse manifestiert hat. Also diese Puppe soll böse sein. Hört sich jetzt in erster Linie merkwürdig an, finden wir auch. Wir haben das Bild gesehen, wir werden das auch gleich einblenden. Bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr auch wisst, worum es sich hier handelt. Also die Puppe sieht wirklich richtig hardcore aus und sie soll das Böse in sich beinhalten. Was meinst du, ist das ein Fake? Ist das echt? Ja, das kann man so schwer sagen, ohne dass man das analysiert hat, das ganze Thema. Aber das Einzige, was feststeht, ist, dass die Puppe wohl aus den 50ern oder 60ern stammt. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall bewiesen. Und dass die Puppe keinen Originalzustand mehr hat. Das haben sie auch gesagt, da das Kind, das die Puppe vorher besessen hat, bemalt hat, weil die Puppe angeblich gesagt hat, bemale mich. Nein, 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 das war anders. Oder habe ich das nicht verstanden? Nein, also sie hat eine Stimme innerlich gehört, dass sie die Puppe bemalen soll. Also das war jetzt so rum. Auf jeden Fall soll in dieser Puppe des Kindes die Schizophrenie ausgelebt worden sein. Und sie hat das Böse, wie es in der eBay-Auktion steht, in diese Puppe herein manifestiert. Also praktisch übertragen. Übertragen. Und wir wollen rauskriegen, wie viel ist da dran. Und wir blenden euch jetzt mal die eBay-Auktion ein. Wundert euch nicht, wir haben bestimmte Stellen extra maskiert, weil wir keine Lust haben, dass einer von euch diese Puppe jetzt vor uns noch erwerben sollte, weil wir sind noch in der Auktion drin und wir wollen das ja für euch machen. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Wir werden auf jeden Fall uns die Puppe genau analysieren, betrachten. Und ich muss euch eins sagen, so viel Kohle haben wir noch nie für eine Puppe bekommen. Aber YouTube ist es wert, Leute. So, in dem Sinne, Bild kommt jetzt. So, also ihr habt schon festgestellt, wir haben da was Tolles gefunden und wir haben geboten. Wir haben geboten, Leute. Wir haben für euch mitgeboten, weil wir wollen wissen, was ist dran an der Geschichte. Die Geschichte unter der Puppe ist sehr, sehr faszinierend, aber was ist da dran? Ist das nur ein Märchen, um den Preis zuzutreiben? Oh, da ist ja wirklich was dran. Der Preis war schon ein bisschen höher. Ich habe da nie so viel für eine Puppe ausgegeben. Ich hätte gesagt auch nicht. Aber auf jeden Fall reizt uns das Ganze und wir wollen mit euch zusammen, und deswegen machen wir den ganzen Kack ja, mit euch diesem Phänomen auf der Spur gehen. Was in Deutsch? Mit dem Phänomen auf den Grund gehen. Und haben uns auch überlegt, wenn wir die Puppe dann bekommen. und wir den Zuschlag bei Ebay erhalten, werden wir auf jeden Fall alles richtig uns dran setzen, um zu gucken, was es damit auf sich hat. Richtig. Wir werden alles bringen. Wir werden Videoüberwachung und egal was. Ich will wissen, wann hat es damit auf sich oder ist halt alles nur ein Fake. Also wie ihr ja schon gesehen habt, das ist harte Klamotte auf jeden Fall. Auch die Geschichte, die dabei geschrieben worden ist von dem shitzufrieden Mädchen. Also wie gesagt, bleibt am Ball. Wenn ihr wirklich gespannt seid, ob wir die Auktion erhalten, werden wir mit euch live auf Video-Livestreams noch vielleicht auch mal schalten mit der Puppe. Wir gucken uns das Ganze an. Martin, hast du noch was zuzufügen zu der Sache? Ja. Bleibt dran. Haut rein. Wir sehen uns. Das Nauda kommentiert behind you. Dreht euch nicht rum. Das Böse ist hinter euch her. Haut rein. Ciao.